Herzlich willkommen auf dem Ralf-Mahr-Magazin. Ich bin jetzt im Naherholungsgebiet von Uebach-Pallenberg. Das liegt in der Nähe von Aachen und hier am ersten kleinen See sehe ich zwei wunderschöne Weiße Schwäne, Enten kommen gerade hinzu und der Kormoran, den ich eben noch gesehen habe, hat sich versteckt. Ich werde noch mehr Videos machen. Abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.